12,07 prozent mehr rente für diese gruppe von rentnern zum 1.7 2024 zu erwarten mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid 24 ich hebe mal den taschenrechner hoch 12,07 prozent mehr rente für eine ganz bestimmte gruppe von rentner gibt es ab dem 1.7 2024 rechnerisch ich hatte es ja heute schon bekannt gegeben dass heute ist der 19.3 2024 der bundesminister für arbeit und soziales hat die rentenerhöhung bekannt gegeben die allgemeine rentenerhöhung die zum ersten juli 2024 kommen wird und zwar steigen die renten um 4,57 prozent in die renten werden in ost und west einheitlich angepasst und hier gibt es dann diesen satz gleichzeitig treten mit der allgemeinen rentenerhöhung treten dann auch zum ersten juli verbesserungen für em-rentnerinnen und em-rentnern kraft und genau um diese gruppe der rentnerinnen und rentner geht und zwar geht es um den sogenannten pauschalen zuschlag an endgeltpunkten der ja jetzt nicht als pauschaler zuschlag ausgezahlt wird sondern der vom deutschen post renten service jetzt anhand der entsprechenden altersrente oder em-rente die am 30 6 24 bestand haben sollte dann ausgerechnet wird und zwar geht es genau um die rentnerinnen und rentner die einen pauschalen zuschlags anspruch von 7,5 prozent haben und das sind die rentnerinnen und rentner deren em-renten in der zeit vom ersten ersten 2001 bis zum 30 6 2014 begonnen haben die bekommen diesen zuschlag 7,5 prozent wenn wir jetzt noch die 4,57 prozent obendrauf schlagen die es ja als allgemeine rentenerhöhung gibt dann haben wir mit einem schlag 12,07 prozent mehr rente und genau diese gruppe von em-rentnern oder nachfolgende altersrenten oder hinterbliebenen rentner deren hinterbliebenen renten auch genau in dem von mir genannten zeitraum begonnen haben die bekommen dann eine rentenerhöhung um sage und schreibe 12,07 prozent für diejenigen rentnerinnen und rentner die nur diesen 4,5 prozent zuschlag erhalten liegen wir da so dann bei ungefähr 9,07 prozent also das heißt ungefähr sondern 9,07 prozent und das ist genau auch wieder ausgerechnet 4,5 prozent pauschaler zuschlag plus 4,57 prozent rentenerhöhung macht dann entsprechend 9,07 prozent aus ja meine damen und herren das soll es gewesen sein die rentenerhöhung 2024 ist fix sie ist bekannt gegeben worden jetzt warten wir einfach mal noch die rentenwertbestimmungsverordnung also den entwurf ab und dann gucken wir uns das mal an was da drin steht vor allen dingen ganz interessant auch warum es hier einen abzug durch den verschlechterten nachhaltigkeitsfaktor um 0,19 prozent gegeben hat ansonsten wäre die rentenerhöhung nämlich noch höher ausgefallen näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel eine rentenberater peter knöppel